Ich habe nur Minus 30 Bus von Arena Punkten bekommen. Ja, ich weiss schon. Wie viele Punkten hast du? 3708. Ich bin selbst für eine Mission. Ich habe nur einen einzigen Handlanger. Ich habe mal 3970. Und dann habe ich auch alles verkackt. Bros, es regt so auf. Ich gehe nicht rauf, dann kommen wir mit Heli dort runter. Ich gehe auch dort runter. Ich bin heavy. Ich weiss nicht. Hast du nicht irgendetwas Slurp? Es kommt einer mit. Sie hat einen Rechtssatz da. Slurp 3. 1, 2, 3, 4, 5 Leute kommen mit. Woher? Craggy oder da? Bei uns. Und ich bin zu spät gelandet. Ich habe einen genug. Ja, ich habe nur einen Big Ness. Achtung, es sind mehrere bei dir. Drei oder vier. Ich weiss. Ich habe einen Kills. Ich habe einen Minis. Ich habe einen Minis. Ah, irgendwer hat einen Schuss auf mich. Ah, ich habe gerade fast gesnaped. Was? Hast du Sniper Mooney? Nein. Vor allem sollte ich Sniper Mooney haben. Ich kann dir aber einen Minis geben. Dorthin habe ich zwei. Dorthin habe ich einen genockt. Komm. Die anderen zwei. Ja, ich habe nur einen genockt. Gerade unter uns. Gerade unter uns. Ich weiss nicht. Schön. Es ist nur einer dort hinten. Sie müssen. Du hast zu lassen. Ich fiff dir nicht. Ich effreie. Das ist wirklich. Das ist das. Ich fiff dir nicht. Okay, ich fiff dir nicht. Ja. Was ist das so? Nein. Ich fiff dir nicht. ich habe drei minuten gefunden und du gibst mir nütz danke seh er aufs hätte hier mal auch gelieft aber ich noch im game doch also in der gruppe meine also ich kann schon mal vier kills plus eigentlich beschluss im game gibt also für anfangen blau ja er grau attack und violett bei dir ich habe gar nicht ich habe schon bescheisse denn kill noch nicht Ich nehm' mit... Oh, ein Beignis für dich! Hey, du weißt nicht mehr... Ja, ist nur noch ein Minis. Uh, wo sind meine Boxen herhaft? Achtung, da unten ist genug. Oh shit, ich verschreck' jedes Mal von dem Scheiss-Typ, wo das er raufkommt. Also... Äh, hast du unten einen? Ja, hast. Und was hat's? Nur SMGs. Die... die Pümpel, wie der so green steht. Ja, so... Ja. Das stimmt so geil, da. Wo ist Crank? Muss los? Ja. Äh, wo... wo sind die Minis g'sehen? Dort auf'm Dach. Oh shit! Was? Ach so, wenn ich da nicht dach, ich hab' vor... Ach so, wenn ich da nicht dach, ich hab' vor... Irgendwann. Ich hab' keinen... Ich hab' keinen Tag, wo... Ich hab' einen Tag, wo... Ich find' die Minis nicht... Ja, komm. Ah, der dober ist so scheiss. Ein Minis! Danke, Ira. Ja, ich hab' schon zwei Drunker. Hast du nicht Beignis? Ja, hab' ich. Mitgenommen? Nein. Ah, das noch mehr Minis für die. Aber ich hab' noch mehr Minis für die. Ja, ich hab' sie schick' mal an. Ja, kurz... Ich hab' ohne Blue Loot. Schick mal ein zu mir, äh, schick ein Meer zu mir äh, ja, deutsch äh, ich kann zu dir, ah, eben ja eben, schick ein Meer zu mir schick ein Meer zu mir Alter, ich hab so viel Money und ich hab alles du sind hier, ich hab null hin ich kann die Bandit mitnehmen aber ego, halt, ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr ich war der Lehm, oder? Eber, hab ich mich auch gerade gefragt ja, nee, geht, 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 geht wo, wo, ich seh keiner in oben, berg ich seh die Schüsse die, die Ernst die Land ist da ja, ich brauche Pump ja, aber wieso Land ist, äh, egal oh mein, gut, da ist einer Haschen gerade da bei mir Haschen, die Nähnst er bot sich, er bot sich ich hab schon noch Lulul also einer hat Shield Crack ich hab keinen Pump immer noch nicht nur mal einer hat Shield Crack und ich hab 7 HP ja, Digga so ein kleiner Wichser ich hab nur einen Rocket Launcher ja, was, wieso hast du keinen Loot aufgenommen? ja, was, wieso hast du keinen Loot aufgenommen? ich hab keinen Pump und nix oh shit, hat der Hitz gesetzt der da ist low und der DT der, es hat da noch einer der hat 100 HP du sind beide lobe ich scheiße, Alter was hast du nur für scheiße, Loot noch Digga, ja, ich hab keinen Pum ich hab keinen Pum ich hab keinen Pum ja, du hast gelogen das Einzige, was du nicht künstlich machen ich griefe ja, jetzt versteht ja, jetzt versteht wir sind ohne dir bret, was was machst du? was kann ich nicht? ist schon klar nicht du weißt du, wo überall wo du an kannst schiessen schiessen ich du durchs Fenster ja ich kann ja nicht oh weißt du, was machen wir durchs machen wir durchs machen wir durchs ja, ich Digga schiessen durchs Fenster wo überall schiessen durchs scheiss verdammte Fenster äh 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 es sind halt beide unter 100 HP gseh jetzt zugreifen vielleicht kauft sich das eigentlich noch ich find's zwar geil aber du kannst es ja gratis bekommen wenn der Borderlands kaufst Borderlands kannst du jetzt irgendwie für unter 10 Sturz holen das ist eigentlich für das Game ich würd mir das nur runterladen um den Fortnite-Skin bekommen ja eben das bringt's also nicht hast du den nein, du hast den Coupon nämlich nicht ich hab einen 10 Sturz Coupon also äh 10 Sturz Guetschi ach von warum? von was? äh weil ich mir halt den GTA geholt habe wo es gratis war hast du einen Guetschi bekommen für 10 Sturz für jedes Game wo über 15 Sturz äh kostet kostet hätt ich das auch nicht bekommen mein Vater hat Red Dead gekauft und das kostet 60 Sturz Red Dead Redemption 2 ja das ist geil, Alter aber jetzt nur nicht anfangen zu spielen er spielt jetzt in so ein Galaxy Spiel äh Dings Star Trek nein ähm ähm wie heißt's ähm Battlefield No Man's Sky No Man's Sky Oh No Man's Sky das spielt mein Kollege die ganze Zeit die kostet scheiss verdammt nins gestürzt ja hätt's gratis bekommen ja weil er Red Dead gekauft Red Dead Redemption die sich um sie im Haus es es ja hey hast du einen Stream heute gesehen ich muss einen Handlanger noch umbringen ich weiß es Handlanger was hast du meinen Stream heute gesehen nein also ich 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 bin ich bin so Zeit gegangen und bin da nicht gegangen genau das Haus nein doch nicht ich bin nicht da so gegangen ich bin da nicht gegangen ähm ich hab irgendwie 5 kills in Arena geholt ich mein normal fände ich das eigentlich schon geil aber in Arena auf was hast du schon geholt 5 kills in Arena ich hab's nicht gehört eben weil es wenn die Stimme hat genau in dem Moment wo du es gesagt hast du gehört also er hat sie verzehrt das hat sie mir einer nein ich bin ja also keine Ahnung ich kann ich kann ohhhhh ich kann mit der ich kann mit der ich hab den Vormass für dich graue ja ach du hast die chest schon gehört ne mhm ich hab die ganze Scheisse Du hast keine äh ich hab die vom k televidenter von der bereichs Achtung Gegner Ja, Pistel Oh, ihr rauft Äh, brusche Essen Äh, Essen Nein, ich kann schon eine Ich kann schon eine Ich brauche nur einen Pump Ich kann alles wissen, den Kack Pump Ich auch Ja, ich mein, ja Du hast eine Pump, so Ich kann alles Oh, blaue Pump Hast du mal Da Die nicht hack Hat sie doch blaue Pump Hätte ich mir money Nein Aber weil ich so Ehre auch bin Du hast eh viel mehr Schüsse Sichtig auch eine Pump Ach, scheiße, eine Städte Ja, was Das ist jetzt mein Ego Push Ich kann ein Ding, ich kann ein Jump Pads Du mein Spanns Pads Einer 50 gekittet Ich kann 50 gekittet Du hast One Hack Ja, ich mein One Hack Wir sind Achtung, der Dänisch nur ein Gegner Ja, ich g'senne Ich g'senne Hä, wie hann ich nicht ab Füllen das Kittet mit meiner Minen Äh, schlief Ja, hann Ja, hann Ja, schlief Was, schlief So ein mieser Sack Äh, hat man, hat man Mekke Ich kann da Ich kann da Ich kann da Ich kann da Pumpe, du hast du wieder mal Pumpe Biggie Colts Richtig Ich kann da einfach Bro, es bozt die Wand im Haus drin abe Ey, ich schwöre Dingboots immer komisch Ähm Trappe 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 Ja Man, ich würde es einfach unten in der Map Das fickt also ab Pumpe Oh nein, der Schein Ich kann bleib Pumpe Also Also Ich kann glaube gerade Oh nein, das ist Ich kann gerade, meine ich von dem Gegner gehört Die Fische sind zu Gebäude Ja, hab ich gerade gedacht Ja, hab ich gerade gedacht Hast du mir jetzt? Nicht viel Ja, ich schau, ich kann etwa 500 800 300 Ich find's so geil, dass der Kotor keine Geräusche mehr machen hat es all das ist ein schweiß ich habe sie immer so hat so nicht gar nicht so nicht ganz normal mann ist ja ja ich habe gerade alles in meine dinge ich will hast Prozent 2 4 Ere Tegner nein ob das der schießt was jetzt nicht die Tüte das ist alles in Milita achtet das nicht Die Karten gehen sich den Ding. Nein, gehen sich den Block. Hey, ich bin mir glücklich. Einer hat 28 Kittel. Er hat den Scar. Die sind hier von Ding. Versuch. Einer hat Shieldcrack. Einer ist 30. Einer ist low. Ich habe beide. Ding hat mir, ein Sniper hat mir. Ja, kann schon. Soviel darf ich es gar nicht. Hast du mir ein Snipermonik? Ich kann 0. Ehre. Minis kann ich nicht mehr. Und AR Monik bräuchte keiner. Ich kann zwar nicht viel drauf. Hast du genau die 40 Würmer vorgeben? Hast du wieder zurück? Danke. Ach so, ich habe einen Mono Heal. Ja, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Ja, ich kann nicht mehr. Ich habe eben nur 15 Bandits dabei. Und das ist irgendwie scheiße. 15 Bandits rumlaufen. Ich habe mir die Chester ohne. Nein. Ey, Digga. In Legends habe ich einfach random Duos gespielt und ich bin zweimal nacheinander. Bin ich mit dem gleichen Typ gekommen. Das geht gar nicht. Doch. Ich bin zweimal hintereinander. Mit dem gleichen Typ im Duoxid. Ich bin das Lama. Wo? Warum haben wir nicht einfach den Heli genommen? Oh, Heli. Oh, Heli. Ich will den anderen Heli. Den glaube ich, den Grappler. Ja, den Grappler. Ich kann bock auf die Leute. Ich kann bock auf die Leute. Ich kann bock auf die Leute. Ich kann bock auf Grappler. Ich kann bock auf die Leute. Ja, ja. Du meinst immer und ich hab dich. Ich hab dich nichts. Ja, dann noch mal. Du bist du nicht. Bro, das ist nicht so. Das ist mit dem Sie mir Reifen los. Mit wem. Du bist du nicht gerade los. Die mir Reifen tut. Du bist sonst. Nöso der Heli hat fast kein Leben mehr. Nöso, also wenig. Fast keine. Noch nicht! Das hat nur 1200 Leben. Okay. Vielen? Ja. Im Leben ist das Lama anyway. Ah ja, dieses Ding, Driver Window, ist kaputt. Scheiss doch. Wo haben wir... Oh, sch... Wo wollen wir ran? Ah, Gänzi, ganz oben drauf. Nein! Wieso nicht? Oben drauf steigen! Wo willst du sonst... Wo willst du sonst gehen? Ich steige immer, wenn ich Agency gehe, wirklich. Hey, du weißt nicht, was du droppst. Ich liebe mich. Hey, fick dich! Nee, natürlich... Nein, du sagst. Aber nein, natürlich hittet er mich auch noch. Oh mein Gott, da ist einer. Oh, einer ist gerade neben mir. Nein, du sagst. Eine Granate. Essen. Einer hat Shieldbreak. Einer hat noch mehr... Einer hat auch Shieldbreak. Einer habe ich. Der dort oben hat Shieldbreak. Oh, scheiss, ich habe einen Fall. Oh, der ist... Oh, beide. Oh, meine Treppe ist umkirrt. Das ist der epische Ding. Epische Check. Ich habe gerade einen killed. Chill dein Leben. Der hinten hat es einen Gegner. Ja, wow. Der hat das SilentSkark anstatt. Oh, Tomegon. Oh, Minis, Digga. Jetzt kommen da so scheiss Späste. Ey, kannst du bitte die zu machen? Digga, kannst du... Wo ist die Pump? Die Thuna! Ich hab's genau ge Näkt,... Wie ist das so scheiss die Leute wiederkriemmen? Ich bin dir Thuna markiert, Digga. Holte selber. Ey, jetzt haste du meine Minisis! Wreselz, ey, wegschön... Ich nehme die Minis mit, das sind zwar nur 4, aber... Hat der auch eine Typ Minis kam... äh, komm, Highground Ich weiss Ist einer nur daunnen? Nein Ja doch, einer ist glaube ich nur da Oh nein, jetzt bist du gewesen Jesus, komm mit Heli, gehen wir uns Lootrope Nein, der Heli hat, weisst du, wie ich lebe? Egal, wir sind schnell Weisst du, was Jump hat? Ja, hab ich Aber ich mach's nicht Ja, ist schon klar nicht, ich wollte nicht mehr fragen Einfach Wir haben eh schon so einen guten Lusiger, was bringt Jump hat? Ich glaube, ich upgrade meine Pumps schnell Da unten sollte ich gerade eine Upgrade Station Ich weiss, wo er ist Haben sie die Tresur schon geöffnet? Schon klar Holy shit, hat's da viel Loot Hat's Metz? Nein, aber bandet ist gar nicht Ja Äh, ich brüch die nach... Ja, nachdem hab ich gleich mal 300 Metz Äh, kann nicht viel mehr Komm, wir gehen, wir gehen Ich hab keine Prokusser Scheisse Ja, warum hat sie komm mit der Metz? Gib mir, wenn ich Exorcist stehe Killen wir die Ersten und die Zweiten werden dann von irgendwelchen Spessen werden wir dann killen Das ist ein Heli mit... Nicht genug, glaub mir Doch, der hat... Der hat 500 Loot Scheisse Nein, Digga, ich mach's nicht Niesch, dann geh ich verlaut Okay, nein komm, Bro Nein, Digga Wir brauchen, weisst du, Kuss, bis zum High Ground holen Ach, dann halt Ich schwöre Wenn ich wieder mal von dir stirb Wenn du Scheisse machst Ich fliege einfach gerade da rauf Ich hab's schon gemacht, Scheisse Wo ist der Heli? Hat der Heli? Ja Ich freu von uns, Hadwin Fucking Scheisse, Digga Fliege einfach gerade rauf in Schnee Erstens hat sie dort einen Loot Drop Und zweitens haben wir dann einen High Ground Komm, gehen wir auf den ersten Loot Drop Wo ist der zweite? Der zweite ist in der Luft Mit der Eiffel und dann... Ah, doch, da unten Sie ist mir kein einziger Hit kassiert Hast du Glück? Ich hab's schon Ich brüchte mit... Äh, Metz Ich hab fast keine Metz, Digga Ich bleib da oben, da hat Skyluge Ich kann mir den Loot Drop drauf Der Dunne sind's glatten 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 Die Dunne sind's glatten Eine 47er hat schon Chillbreak Egal, geil Das bringt's ne Ach ne, das wär's wär's ein geiles Schuss Aber der Lock ist schon Es hat zwei Ding nur Es hat der Nummer zwei Ähm, Loot Drops Achtung, der Thiel im Busch Ich ich eine den Hinten Ich brüch' keine 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 Wo bist du? Ja, ich brüch' a Bi-Ga Ich brüch' mir die Glitch Es hat er gehegegnert Ich brüch' mir die Glitch Ich brüch' mir die Glitch Der-Heli hat gestartet Aber ich war auf dem W-O-Beifahrer'-Sitz Ja Ah, Bigness Ja, ich weiss Ich brüch' mir ein Bigness Ich brüch' dich mit Grün Stattzeilen Einbieter Sieg Irgendjemand hat He-Heavy Upgraded Wer auch immer das g's ist Scheiss Ehre Warum? Hey! Weil ich ne goldige Ding hab Geh mir da auf Heizner Ja Bin ernst Scheiss Hey Ich so gar schluton Ney das ist eh nicht nexz Doch Fertig Scheiss Mets Ich muss ne Mets holen Ich schwem Wie viele Mets haste? Ja 700 Äh 300 Es ist 500 600 etwa Ja ok Ich auch Bist du grad am Bauer an? Oh nein Gegner Wo? Gerade oben Reuss Oh er ist Er ist Der dort oben Es sind vier Gegner Oh nein Es sind sie nicht gehackten Klongranaten Kommen Ich wei- Ja Mann Er kommt einfach aus dem Nicht raus Und ich hab einfach zuerst gemeint dass es du bist Der dich aufgebot hat Ich bin jetzt jetzt Fuck digger Fick dich Er hat dich so hops genommen Die beiden haben uns so hops genommen Obwohl sie stehen Es hat keine Wand gebaut digger Oh nein Es sind zwei Ihr habt euch sooo hops genommen Ihr habt euch sooo hops genommen Ihr habt euch sooo hops genommen Ja es ist Scheiß Positioning gsi Es ist gerade am edge for the zone gsi Scheiß drauf Hier rundig können wir Äh aha Schon klar mit dir Äh aha Erf beleidigen Erf beleidigen Erf beleidigen Bananaboooy Wir sind einfach getupfgelegt zitig Äh aha Äh easy Wo gehen wir runter? Kann ich auch nicht Sag du Wo sind wir am Anfang noch nicht gegangen, Salty? Oh nein Oh nein Ich muss da Hand langer töten Komm wir gehen plassen Nee Du hast gesagt ich kann auswählen Jetzt gehen wir dort runter Warum? Ich habe nie gesagt Ich verschloss Du hast voll gesagt Also komm wir gehen da runter Ah eiss ich gehe da Sorry bro Ah ok dann Aber ich bin challenge Ich würde den scheiss Gleiter bekommen Der ist voll geil Äh findest du Hey wieso Dete für Da der scheiss recht Ich glaube ich kann Wo habe ich noch nichts Da habe ich glaube ich schon Zum Blütskilo nach Kann ich eh mit Heli zu dir kommen Weil da hat es noch einen Heli Da habe ich eh schon Da habe ich bestimmt schon Musst du nur gerade 2 Uhr Ja wenn ich bin tot Äh vor dass du da kommst Ich bin hundertprozentig tot Ich bin tot Ich sterbe wahrscheinlich Weil ich habe keine Weapons Ich habe jetzt ein Gegner Ehhhh Ok Einer Ja Ja Das wird mir fucking 5 Ich habe ein paar Weapons Ich glaube er ist schon tot Ich bin tot Ich habe einen 3-hunderte Pin Nee scho klar hittet er mich Fuck und ich bin gerade gesteilt Das ist ein scheiss Spitz Fuck und da hat es auch noch einer Mit unter mir hat es auch noch einen scheiss Tag genommen Mehr als einer sogar Was ist das so scheiss Was ist das so scheiss Er gibt mir 100 Headshots Was läuft bei ihm Ok Ehhhh Ehhhh Und ich habe die Herausforderung natürlich nicht gemacht Ich bin so ein Boot Ich hätte einfach so in das scheiss Ding mit den Heavy killen und zu dir kommen Ja, du bist auch da Ja, 18 Er hat 15 HP gehabt Nein Er durch 41 Er hat 15 gehabt Ja Ich hab's gesagt, er hat 15 gehabt Er hat einfach instant killed dort Ja, und er hat natürlich schon wieder Grappler Weischt Sind aber eigentlich beide scheiße g'sich und auch keinen einzigen Schuss drauf Ich auch nicht Na Nein Eis, ich lande wieder dort Sorry, Bro Ich bin gar nicht normal Ich will diese Scheiße g'schen Weih, da kommen wieder irgendwelche Scheissgegner hin Vor allem, welcher Typ lande dort? Du? Ausser du willst eine Challenge machen Nein Doch, du bist ja jetzt gerade dort gelandet Und du bist killed worden Ja Und du bist ja auch eine Challenge will er machen Ich will auch eine Challenge will er machen Oh, wie die Shark Ja Komm doch einfach mit, man kann von da da ohne gar Nein, dann hat's keine Handlanger mehr Doch Die 20 wie die Scheiße Ich hab eh noch lange Ich hab's von mir Handlanger Ich hab eh noch lange Jetzt immer scheiß Lied gelandet Scheiß Lied wie du schon Ja Scheiß Lied wo Missione werden machen Ich will mein Gott und Deadpool mal weg Ich mein, es ist schon geil aber Eben Scheiß Deadpool mit seinem Scheiß Lied Eben die sind so schrott So eins gute Alternative ist wenn du Headschutz triffst Macht's vier dritte Der Mensch auch Ja und sie schreit Scheiß blau ja er oder Und sie gäbe dir das gute Und sie gäbe dir das gute Überhaupt keine Pro Schuss oder so ein Scheiß Und sie trifft schon aber So schrott ich glaube nie mit Spieltier Naja, also du machst irgendwie mythisch ohne Lieden ist das wahrscheinlich die easy Die einfach Stingen will Er wird killte Deadpool Nimmt aber nicht du dies Das kannst du sie einfach holen Ja okay Und das kannst du singen mit Bruttos Ja, wir müssen mich heilig sein, klar Nö 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 Entbrochen Nö 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 Wenn Geld Nö Nö Dün Was? Ich bin allein. Endlich habe ich die scheiss Mission geschafft. Alter geil. Ich ziehe eine goldige Heavy. Ah ok. Ich habe gar nicht gewusst, dass man die ziehen kann. Ich habe nicht. Ich habe nur eine goldige Heavy. Ich habe nur eine goldige Heavy. Ich habe gewusst, dass man eine epische ziehen kann. Warte, jetzt muss da einfach nur noch Pump rauskommen. Dann ist das beste ever. Ich sehe noch Pump. Ich habe jetzt. Und einen Biggie. Ich lande jetzt immer da, immer. Easy, aber ich habe eine goldige. Scar und Stinker bei mir, oder? Nein, ich habe keine Scar. Ja eben, aber die Scar, die ich habe. Du kannst aber die Violette Heavy haben. Was? Du hast auch noch eine Violette Heavy, Endshot? Ja, ich habe Violette Heavy. Bekauf vom Handlanger. Und die andere habe ich gezogen. Und irgendwo da hat es doch eine Upgrade Station. Endshot diga. Was? Er hittet mich. Es ist illegal, diga. Wie hittet der mich? Hä, der ist so kind, wo abkommt. Was? Der hittet mich auch. Endshot diga. Jetzt muss ich bunt das Scheiss mehr. Krieg den. Nein, ich... Hä, ist da alles Metall? Ich will stein. Ich will kein Metall. Ich weiß nicht, dass man das Ding nicht kann... Ähm... Canceln. Durchsuchen. Das ist nirgends Stein an dem ganzen Haus. Ja, das ist scheissärmst. An meinem ganzen Haus. Was wusste du denn? Scheissglocken. Was? Nein, Schokoll bildet jetzt wieder mal dort unten, weißt du wie... Wieso nicht? Soll ich es dir kommen? Nein, soll ich es nicht. Digga's fettdopp. Ich weiß sie dann, aber nicht. Jetzt hab ich zumindest alle Blut für mich selber. Ich bruche pump. Ah, noch mal ein Bignis. Jesus, ich habe die beste Loot auf der Erde. Ich habe jetzt eine epische Scar. Und ich bekomme eine goldene Pumpen. Äh, goldene. Slip Truck! Fick dich. Also besserer Luca ist wirklich nicht halt. Ich habe zwei Bigies dabei. Ein Heavy. Zwei Heavies. Eine für dich, weil ich so nett bin. Danke sehr. Und eine blaue Pump. Ach, scheisse. Was, du hast zwei Heavies, okay. Zwei Heavies. Zumindest habe ich eine Heavie. Jetzt dann gerade eine violette Scar. Und... Ah fuck, ich muss da steif arm. Fick dich, ich habe nicht mal ein scheisse Ding. Irgendeine scheisse... Oh mein Gott, eine graue Pumpen. Ey, ich stirre bald. Ich habe so guten Loot. Bitteschön. Warum willst du denn meinen... Wolltest du denn das gegen meinen Loot haben? Nein, ich möchte einfach deinen Pumpen haben. Nein, ich kann sie je nicht upgraden. Ich habe zu wenig Materials. Hä? Du hast doch gesagt, du hättest eine violette. Nein, ich habe eine blaue... Ich habe eine blaue, aber ich habe jetzt gerade eine violette. Aber ich habe mich geirrt. Schon klar. Ich kann aber Scar dafür. Ja, ich auch. Ich kann dafür eine bessere Scar als du hast. Ja. Dann hast du die mythische Scar als du hast. Hast du... Ja okay, mythische Scar. Ich habe gerade gedacht, du meinst, mythische Sniper. Digga. Mythische Sniper. Ich bin ein Hacker. Ich komme zu dir, Bro. Wo... Nein, ich komme doch nicht. Digga, ich bin so ein. Scheiss dran. Dennoch... Als ob es in dem ganzen Scheiss-Building doch keine bessere Scheiss-Verdammte-Idee gibt. Bis zum sagen, so ein Grund wie dir jetzt dann gerade. Nein, du sagst. Wirklich. Jetzt habe ich noch nichts gemerkt. Fick dich, Digga. Ich schwöre, dass du das... Wir hätten da zehn wo Gegner und schiessen meinen Heli auf. Ich meine, ich liebe, dass ich jetzt den Scheiss-Pampon habe. Äh, dass zumindest den Pampon... Ich weiß, ich komme, Bro. Mach du das. Ich habe auch nur einen blauen Pamp. Nuuuuh. Egal, dein Schatz da hinten. Nein, ich hatte... Äh, ein Heavy, ein Ding. Heili. Nein, ich bin gerade neben dir. Dein, du. Du, Dein, du. Danke. Da. Was? Nichts. Nein, Schuklau. Ey, hittet mich. Nimm die Heavy. Nimm die Heavy. Als ob du es nicht schaffst. Nimm die Violet Heavy. Ja, ich komme. Entschuldiges Leben, Digga. Oder hattest du irgendwo noch Heavy? Weil dann... Ich schwöre, ich komme mit der Biggi da drin. Ich weite, das ist der Heavy-Typ. Oh nein. Nein. Der ist oben. Ich kann... Ich kann... Ich kann kein Biggi. Ich kann nicht. Okay, doch. Nein. Ich komme einfach ein Biggi von da. Oh, ich schieße nicht die Heavy mit. Oh, doch. Ich kann schon. Komm. Ich bin gerade oben hier. Äh, ich gehe nicht da in den Ding. Wie heißt sie camped? Bitte camped nicht. Danke. Sie camped nicht. Was? Sie camped nicht. Komm jetzt. Komm jetzt. Dann schaffe ich nur... Oh, blaui tack! Oh, das ist gut. Ich schwöre. Danke. Ich hab dich auf. Nein, sie sind nicht da. Was? Bleib Pumping kein Blaui tack. Da bleib Pump. Fang mich aber erst mal. Na, haha. Sie bitch. Nimm Pump mit. Komm, Bro. Komm. Dein ernst. Was mach ich? Lass da! Du bist so ein Lauch Ich steige jetzt rein Ich habe wegen dir vier Sonntags kassiert Da vorne hat's Da hat's ich, ist kein Fall Ich weiss, du hast einfach den 6 HP Hülkreis Doch, ich schon Dann kann sie bei HP verloren Ich kann nur nühe Biss, boll Ich kann nur nühe Du Ähh, nur mehr vierhundert Wo bist du? Nн Ich kann nur nühe, du Ich kann nur nühe Ist er Dropped, Blau und Pumped? Zeig dir zuerst in die Blau-Tack. Ha! Sei! Oh, scheisse! Ha! Psych! Hä? Der hat mich grad Damage gemacht! Ha! 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 Ein einziger Hit hat er mir gegeben! Hä? Is he gone zone, gone zone! Hä? Das ist so cringe! Er hat mich einfach einen Hit gegeben! Weisst du weisst letztens wo ich Also letztens ist es nicht gerade gewesen Aber wo ich mal mit dem Juli gespielt habe Hat der Heli Hat uns von 200 HP Abwe zu 50 gebracht Der hat 10 Damage gegeben Nur weil ich unter dem Scheissrack gewesen bin Und das habe ich natürlich nicht mehr rausgekommen Ich bin fast gestorben Aber bin ich halt zum Glück nicht Guck wie sind die Gäste Es ist die Gäste Brrrrhh Bistet dann äh Bistet dann der Heli ever Heheheh Dreck Finn Das habe ich vor allem Stand in seinem Video gemacht Haha Du schaust immer noch Stand in den Ernst Jaa Hast du etwas gegeben? Jaa Hast du eigentlich deine Heavy jetzt ja oder? Nein. Ich hab jetzt immer nur die Silent Sniper. Gehn den Heli. Gehn den noch Loot Drop. Boah Scheiss gegen den. Scheiss gegen den. Hör doch auf den Berg. Ach für den Loot Drop. Zwei. Ja. Ja ich hab einen 24 kittet. Sie holen Heli. Scheisse. Double Heavy. Warte. Double Heavy. Drei. Zwei. Eins. Nein. Komm, geh pushen. Du weisst schon, dass dort oben noch einer ist. Ich weiss aber... Oh fuck. Ich kann nicht pushen. Ich will da oben killen erst. Wo ist er? Oh, dort oben. Hier da. Ich hab einen 100 kittet. Ich hab einen kittet. Doppel Heavy. Doppel Heavy. Eins. Drei, zwei, eins. Doppel Heavy. Ach Scheisse. Piss dich noch. Doppel Heavy. Doppel Heavy. Ich weiss. Doppel Heavy. Doppel Heavy. Und du weiss. Doppel Heavy. Doppel Heavy. Doppel Heavy. Doppel Heavy. Aber er jetz, im Ernst. Ich kill den Typen dort unten. Der macht mega Dämisch. Nee! ich bin glaube ich links am berg an der durchkommen hier sind also eine zumindest eine städte es sind beide ich weiß ich kann es ich habe ein schweiß 126 ich weiß ich bin bestreiter sie durch so ein hit kassiert aber hat 126 kassiert schon entweder ein schiedsloh oder sie haben fast kein hilme und als weniger hier hat sie tun gar keine wieso schießt sich dann das für die hat aber hat nur schuld die katz kann nach kk zwischen kölnigen ziel es hat immer grenning waffe sondern nur ist sie beanderen ihrer hof wenigstens ein solospieler ich kann keine man kann jetzt mehr wie viel mehr hast du hast ähm insgesamt Roku Launcher der ist oben peaked ja schön Doppel heavy 3 2 nein kann nicht 3 2 1 1 oh hittet 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 oh schön schön Spray du Spray du eine andere hat den Sniper andere hat es auch andere hat es auch auch wie knapp wir haben einfach genau gleichzeitig geschossen oh pass oh shit hinter euch schweiß st das ist das ist es kann er 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 wir haben so gute positionen wir haben wirklich die besten positionen da jetzt gerade mit dem kopf dass sie nicht da da nicht keiner kommt kann einfach kein wie viel hast du da über 100 200 dt ist einer wie knapp ah nein das ist der 100 märz die mensch 200 die gar und 800 form dafür in der raum nur 100 100 männer der baum ja die schutz tisch ganz tuner dann heißt es nur 100 männer ich habe heute erholten die das gar nicht hat sich glaube ich habe gesehen und nicht im fan steht im fan steht die ganze diese achtung passen jetzt sind beide die june ptc next so kann das ist eine tätigstehter 3 2 1 da habe ich noch nicht was sie sind ja ja das ist einer dann hat wahrscheinlich auch mit ab im zonen hacham hat ja du bist ein gegner aber es wäre nicht lange ich gehe da das hat nicht braucht das kann ich bin schon die tats bin battle oder in schweiß battle ich bin noch nicht mal sohn die die bäume da ab und schmerz plus man wieder bessere sicht so gut doch jetzt habe ich wieder viel bessere sicht und ich habe gerade dass ich einen Die haben einen mit Bandage gestern... Ja ich hab ihn fast getetet Dort unten dran hat's einer De heilt den dort oben die ganze Zeit Es ist aber nur zwei... Wir können Doppel heavy machen Dort können wir doppel heavy machen Zwei, eins Oh, Scheisse Oh, ich sie Haha Der ist geil Fuck, ich mach ihn Komm, komm da hinten, komm da hinten Komm da hinten Was machst du? Das hat's gerade gar nicht gebracht Jetzt haben Sie viel weniger Mooney sie sehen uns einfach Oh! Eine D-Tiene kitted! 128 Der ist Jump-Exit Die sind D-Tiracht zum Fighter Ah, ne, da ist noch eine! 3, 2, 1 Scheiße hat schon Jump-Exit Da vorne, da vorne Sie sind beide D-Tiene und Fight Es sind nur 2 Duos, sie sind D-Tiracht Schau, eine ist dort Ja, eben da, da, da Es ist 1 Solo Ich habe einen 126 Hittet dort Warte, die hast du schon gekittet? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe einfach Quickscoped Ich bin der beste Snipe ever, du musst mal auf Stream schauen 100% Ich glaube dort bei Fanschel ist einer Ich bin 3 Ich bin 3 Dort unten ist einer Die dort unten sind am Fighten Dort, Doppel Heavy 3, 2, 1 Oh, Scheiße Die unten sind die Fighten Ja 3, 2, 1 Nein, 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 nein Scheiße, hat es nicht gebracht Weil wir 0 Sicht haben, bringt es nicht Ja Warte, ich weiß, eine Stutt Das liegt auch Drop Nein, Scheiße, du liest Schlechteste Waffen werden Hä, nein, wo hat einer mit dem Äh, dort Sohn Moving Ja, ich weiß, was 3, 2, 3 Nein, 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 komm da, komm da Mein Sohn Oh, shit, hat mein Ghost in den Alter bin ich verschrocken Oh, ach, Achtung, R Heavy Es sind nur zwei 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 Ich weiß was Aber es sind zwei du Es sei so losglaub Nein, es sind zwei 100 pro Es ist eins Nein, warte, ich geh mir schnell Mim die where Ich hab Angst Dass einer einfach da hinten gegangen ist Wir sind nur ein Achtung Es ist einer Nein Nein, die Toko sinds 200 pro Ich hab gerade ein Auraskin gesehen und vorher hat eine andere skin hat das bot sind die heavy peak da du sagst da hat die rechte wand ich sehe es ja jetzt nimm oh scheiße das sind zwei das sind zwei alte sind das f*** die nerven sorgine ja die haben die emacs alte das sind so nerven sorgine so bitch ich bin schon im sniper pass auf sie müssen ja ich weiss jetzt müssen wir auch crashen einer ist crash einer hat kein schild mehr der dater hat kein schild mehr double heavy auf der unten double heavy auf der unten der unten ist eh schon low der dater hat jetzt 150 kp ich weiss was kannst du es ist einer nein da oben ist eine die tun ist einer ich gehe mal schnell ich gehe mal schnell bei dir über uns was sind das für scheiss spitze und da nicht hinab ja wo ist die 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 ja ja nein holst du ihn oh nein schön, du holst ihn an, oder? ach du, er steht da oben er steht raus oh, der fliegt's ich bin gestorben ich habe einen Kills Le Baumeister oh, das ist ein Schweizer ach ja, das also, wenn er es gewinnt oh shit, du könntest noch gewinnen du kannst gewinnen oh, muss los muss los oh, du hast nicht so hoffs genommen oh, ich habe beide noch genommen du hast einfach beide genommen oh, du hast ich schwitze ich muss abschitzen oh, meine Hände zittert wie nichts oh, du hast heilig geholt hast oh, mein Gott oh, mein Gott der hat heute one shot pump der hat mich in einem Schuss nicht der hat mich in einem Schuss kp kochen alter ja, ich muss abschitzen easy ciao ciao ihren win geil alter alter ach ich verfehlt ich verfehlt Untertitelung. BR 2018 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 Oh, wow. 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 How does that guy even see me? Oh, wow. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh Come on, no! Jesus Christ Well, at least I have wallhacks now Oh, no! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay. Das war's. Okay. Get ricked. Okay. Oh, shi- Yeah, I'm gonna play some random duos. Oh, nice, I'm creative. Oh, shi- Echt? Wiani, 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 Wiani! Trie, ist ja das? Three of you guys playing this game now Oh Wrecked Well, okay, no, right Well There you go, dum-dum There you go, dum-dum Ah Stop it Get some out of there Ah, oh, gosh Okay. Oh, 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 ah, that's a reload, I have an excuse. Oh, 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 oh. Okay. 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 Was ist das? 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 pickaxen with something oh my god oh oh well, this one may actually not be a controller player oh my god this is really the most boring thing I've ever seen do something no what are those grenades finally geez geez oh 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh And of course yet no heal It rips I 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